Herzlich willkommen zum Online Homeworkout, das Ganzkörpertraining mit dem eigenen Körpergewicht. Die Trainingseinheit startet mit einem kurzen Warm-up und der Erklärung von jeder Übung, die wir trainieren. Danach startet das 20-Minuten-Workout. Den Abschluss bildet ein kurzes Cooldown. Das Workout besteht aus 5 Teilen mit je 2 Übungen, die im Wechsel absolviert werden. Wir starten mit den Beinen, danach folgt der Oberkörper, dann kommt der Po bzw. die hintere Kette, dann die Bauchmuskeln und im Abschluss bilden 2 Cardio-Übungen, die den Puls nochmal nach oben bringen. Der Ablauf sieht folgendermaßen aus. Die erste Übung wird 30 Sekunden trainiert, danach folgt direkt Übung 2 und danach eine 30 Sekunden Pause. Nach 3 Runden erfolgt eine längere Pause von 1 Minute und der Übungsblock ist beendet. Anschließend geht es mit den nächsten Übungsblöcken weiter. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Training. Los geht's!